Sie möchten Ihre Bankgeschäfte erledigen, wann und wo Sie möchten? Mit dem neuen KARTAN-Verfahren ist Telebanking jetzt noch bequemer und sicherer. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein sogenannter TAN-Generator, den Sie in der Erste Bank und Sparkasse bestellen können. Und Ihre ganz normale Bankcard. Papierlisten haben ausgedient, denn Ihre TAN, also Ihre Transaktionsnummer, die Sie beim Telebanking benötigen, erzeugen Sie einfach selbst, auf Knopfdruck. Und das Beste, die Handhabung ist kinderleicht. Lassen Sie mich das kurz am Beispiel einer klassischen Überweisung zeigen. Zuerst melden Sie sich beim Telebanking an und füllen Ihre Überweisung wie gewohnt aus. Dann wählen Sie KARTAN als Sicherungsverfahren und klicken auf KARTAN generieren. Ihre eingegebenen Auftragsdaten werden nun in einer animierten Grafik auf Ihrem Computerbildschirm dargestellt. Diesen sogenannten Flickr-Code können Sie jetzt mit Ihrem TAN-Generator einlesen. Dazu stecken Sie Ihre Bankcard in den TAN-Generator ein und geben Ihren Electronic Banking-Pin ein. Nun halten Sie das Gerät einfach mit dem optischen Sensor an den Bildschirm, genau vor die animierte Grafik und lesen damit die Auftragsdaten ein. Falls notwendig, können Sie die Größe der Grafik anpassen. Nach der erfolgreichen Übertragung der Daten werden Ihnen wichtige Auftragsbestandteile zur Überprüfung im Display des TAN-Generators angezeigt. Wenn Sie die Daten mit der Taste OK bestätigen, erzeugt das Gerät eine TAN, die nur für diese eine Transaktion gültig ist. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und geben Sie diese Nummer in das Online-Banking-Feld KARTAN ein und schicken Sie den Auftrag ab. Fertig. So einfach, bequem und sicher war Online-Banking noch nie. Ihre Vorteile mit KARTAN noch einmal im Überblick. Besonders bequem für Sie, auf Knopfdruck generieren Sie Ihre benötigten TANs. Papierlisten und die Freischaltung von Folgelisten sind überflüssig. Innerhalb Ihrer Firma kann der TAN-Generator auch von mehreren Personen genützt werden. Die automatische Verknüpfung Ihrer Auftragsdaten mit der TAN-Nummer macht das KARTAN-Verfahren besonders sicher und bietet bestmöglichen Schutz, zum Beispiel vor Phishing-Attacken. Der TAN-Generator passt in jede Tasche und ist überall auf der Welt mit jedem PC nutzbar. Auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen haben Sie Ihre Bankgeschäfte immer im Griff. Sie wollen KARTAN jetzt sofort für sich nutzen? Oder haben Sie noch Fragen und wünschen mehr Informationen zum neuen Verfahren? Dann wenden Sie sich gern an Ihren Berater.